Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Planet Base mit unserer Kolonie, die aktuell ganz gut läuft. Ich würde einfach nochmal ganz kurz die Stats checken. Unseren Leuten geht es wieder schlecht. Natürlich, wir haben ja auch viel gebaut. Da müssen wir denen erstmal wieder ein bisschen Ruhe gönnen. Machen wir mal die Dächer aus und so weiter und so fort. Können wir eigentlich jetzt wieder... Wo war denn das? Wir konnten irgendwo nicht reingucken. Ich glaube, das war da drüben irgendwo. Ein Händler, okay. Ich habe jetzt wieder einen Tag nicht aufgenommen, aber jetzt geht es weiter für mich und für euch ja sowieso, wie immer. Wascht damit los mit dem Händler? Der hat so einen Weizenkorn drauf und der verkauft auch Essen. Cool. Galaktische Nahrungsmittelvertreter. Das sieht man auch hier dran eigentlich, ne? Das fällt mir jetzt erst auf, nach keiner Ahnung wie viel Folgen Planet Base. Ihr wisst, es steht ja auch oben drüber. So, ja. Hier haben wir nachts das große Problem, dass viel zu viele Leute sich hier im Bereich aufhalten und unsere Sauerstoffgeneratoren einfach nicht mithalten können. Es geht einfach nicht. Die Sauerstoffgeneratoren machen dicht. Was ist da hinten? Okay, da geht die Energie gerade leer. Die Nacht ist aber auch schon... Ja, mach ich mal wieder schnell. Die Nacht geht aber auch recht schnell rum. Okay, wir haben auch gar keinen Wind da oben, also so gar nicht. Jetzt kommt langsam wieder so ein bisschen... 16% ist halt echt zu wenig. Ich glaube wirklich, dass wir eins davon abreißen müssen, woanders hinbauen müssen. Und dafür dann hier noch einen weiteren Sauerstoffgenerator bauen. Die Frage ist nur, wo? Hier dran geht es ja leider nicht, weil da die Baugrenze ist unserer Kolonie. Oh, was kommt da an? Ein weiterer Biologe. Yeah, 261 Leute. Zwei Leute sind angekommen. Dann habe ich einen wohl verpasst. Ähm... Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Ne, das war F3. Oder war es F1? Das ist Hilfeagam F4. F4 sind die Netze. So. Da haben wir... Okay, Wasser geht gut, Sauerstoff geht gut und... Ja, Sauerstoff geht echt gut. Aber ich würde halt trotzdem gerne... Das hier abreißen. Dafür müssen aber mal keine Leute drin sein. Was ist hier? Da ist noch ein Ingenieur. 262 Leute. Das geht ja flott, flott, flott. Hier auch nochmal. Das ist ein Vertreter. Was... Er hat so ein Planetensymbol. Ha. Allgemeine Wahrung, Vertreter. Ja, das passt ja. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie das zu spezifizieren wäre. Ähm... Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Wir reißen sie ab und müssen es dann auch irgendwo wieder hinbauen. Nur wo ist die Frage? Da kommen noch mehr Leute an, oder? Ja, 264. Hallo. Kommt alle rein. Ich habe genug Essen für alle, oder? Oh. Ach ja, genau. Da war das Problem. Wir hatten nicht genug Essen für alle. Deswegen habe ich ja den Biodom gebaut. Ja, ich erinnere mich. Da bauen wir jetzt wieder Sachen an. Aber vorher gehen wir hier rein. Gemüsefelder Mahlzeit. Ähm... Hier war irgendwo die Rezeptliste, oder? Essensfertiger. Da. Da ist die Rezeptliste. Was kann man denn... Was macht man, um Burger zu machen? Ich will mehr Burger in meiner Kolonie. Pasta, Burger, Weizen oder Mais? Okay, dann werden wir hier ein bisschen Weizen anpflanzen, würde ich sagen, oder? Oder Mais? Mais. Mais oder Reiz? Weiz... Oh Gott. Mais oder Weizen? Das ist eigentlich nicht so schwierig. Ich ballere hier mal komplett Weizen hin, auch wenn es... recht wenig Sinn ergibt, weil es halt auch Stärke bringt. Und wir brauchen keine Stärke. Ähm... Ja, ansonsten haben wir echt nur Salat. Reisfeld. Ja, machen wir hier auf der anderen Seite... mal ein bisschen... Salat. Ein paar Zwiebeln. Und ein Pilzfeld vielleicht. Und die anderen lassen wir dann erstmal so. Ähm... Wir müssen gucken, wo bauen wir das hinterlaufen. Schlafen immer noch Leute. Hier unten auch. Hier unten nicht. Dann reiße ich das hier mal ab. Ja, möchte ich. Und der ist plötzlich im Raumuniform, alles klar. Das hier wird ja schnell aufgehoben. Ich muss mich jetzt nur darum kümmern, wo die ganzen Leute schlafen. Was landet da? Oh Gott, ist das laut. Was landet... Wer bist du? Was kommen für Leute? Nice. Und ein Arbeiter. Vito Fischer. Nice. 265 Leute. Okay, wo bauen wir hin? Hier geht ja, wie gesagt, leider nicht. Äh... Warte mal, F4 mal ganz kurz, um die Netze zu checken. Alles stimmt soweit. Ich muss ja dann schon fast hier hinten hingehen, oder? Kann ich da was bauen? Einen fetten Schlaf-Sail. Direkt neben dem Sauerstoff. Ja, das geht's. Sehr schön. Dann machen wir das doch. Dann haben wir das da relocated. Und dann müssen wir das Ganze hier wieder einsammeln, obwohl... Wen juckt's denn? Kann ich mehrere Sachen auswählen eigentlich? Nein. Ich muss alles einzeln anklicken. Warum lösche ich das? Weil ich keinen Bock habe zu warten, bis die Leute da sind. Ist mir das egal? Ja. Das ist es in der Tat. Ja. Das nächste. Da landet schon wieder was. Gucken wir uns das mal. Ah, das ist ein Warenhändler. Wieder allgemeine Waren. Wenn das Spiel so funktioniert, wie ich glaube, dass es funktioniert. Handelsschiff. Allgemeine Warenvertreter, sag ich doch. Tschüss. Weizenfeld wurde gebaut. Sehr schön. Und Splüngen. Aber darum kann ich mich jetzt gerade nicht kümmern um das Splüngen. So. Da habe ich mich doch mal ganz schnell um das Blüm geküppert. Hoff ihr habt es nicht gemerkt. Naja. Äh. Jetzt habe ich es sowieso gesagt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gemerkt. Und dann sagt das trotzdem. Okay. Pass auf. Hier ballern wir noch einen Sauerstoffgenerator hin. Und zwar einen großen. Dann sind wir hier auch immer auf der safen Seite. Und dann müssen wir ein bisschen warten, weil die Leute bestimmt schlecht drauf sind. Weil die jetzt wirklich viel bauen mussten. Naja. So schlecht sind die gar nicht drauf. Aber eben waren sie schlecht drauf. Und es ist ja auch noch nicht alles gebaut. Und dann wird es hier schon ordentlich produziert. Dann hoffe ich, dass es hier ins Lager kommt. Und dass die Leute bald auch hier drüben etwas mehr Burger zu essen haben. Das wäre für mich ein wichtiger Kritikpunkt. Ein wichtiger Punkt, um allgemein in diese Kolonie zu ziehen. Gibt es in dieser Kolonie Burger. Das ist sehr wichtig. Was kommt da? Schon wieder neue Leute. Nice. 267. Nice. Wir nähern uns wirklich, wirklich schnell dem Ende des Let's Plays. Solange keine Katastrophe mehr passiert. Ich bin sicher, ein paar von euch wollen, dass eine Katastrophe passiert. Und wir müssen auch darauf gucken. Wir haben hier so viel Energieverlust, dass wir das schon nicht mehr füllen konnten. Die Nacht. Und hier oben auch. Ja, ich werde morgen mal ein weiteres Solarpanel bauen. Ein fettes. Einfach, um mit unserem Energiehaushalt klar zu kommen. Was sagen unsere Netze? Oh, wir sind's Hälfte. Oh. Ja, gut. Wir sind aber auch schon die Hälfte der Nacht durch, ne? Aber es wird halt gerade echt viel gemacht. Also, echt viel. Gut, der ist direkt neben dem Sauerstoff-Ding. Also sollte das da kein Problem sein. Gut, warten wir mal eben ab. Und schalten wir mal die beiden fetten Landeplattformen aus. Auch wenn jetzt gerade keine Leute mehr kommen. Die ist ausgeschaltet und da landet dann jemand drauf. Alles klar. Du kannst wieder absischen. So, tschüss. So. F4. Wie sieht's mit der Energie aus? Oh, oh. Aber dabei ist Wind gerade volle Kanne am Laufen. Das ist sehr, sehr gut gerade. Schlafstuhl hat keinen Sauerstoff. Wo? Hä, willst du mich verarschen? Der ist direkt neben dem zweiten Sauerstoff-Generator, den ich hier gebaut hab. Also hier sollte jetzt wohl wirklich kein Problem mehr sein. Schlafstuhl und da kommen neue Leute. Nice. Oh, nicht nice. Ähm, gut. F6 und Alarmstufe. Rödel. Alles klar. Und dann wollen wir gleich mal auf jeden Fall ein weiteres fettes Solarpanel da oben bauen. Ich geb das schon mal in Auftrag, ganz kurz. Ähm. Ja, da oben nicht. Da müssen sie soweit rennen, um das zu bauen. Eigentlich wär besser hier unten. Da müssen sie nicht soweit laufen. Obwohl ich hier unten keine Solarpanels haben wollte. Egal. Ich weiß. So. Dann klicken wir mal ganz kurz hier drauf und gucken, wie das läuft. Einer ist tot. Zwei sind tot. Waren das nicht vier Leute? Da ist nämlich noch einer. Da ist auch noch einer. Drei sind tot. Und Nummer vier ist tot. Sehr nice. Dann hat das doch eigentlich recht gut funktioniert. Und das Ding muss noch gebaut werden. Oh, weia. Meteoriteneinschlag auf Verbindung. Auf welche? Auf die? Das ist nicht schlimm. Da ist sowieso noch nichts drin. Aber 268 Leute. Wie sieht es mit dem Essen aus? 131. Das sollte jetzt bald hochgehen, weil hier ja ganz viel Neues gebaut wurde. Und ja, noch sind wir safe, sag ich mal. Ich will es zwar nicht riskieren, aber noch sind wir safe. Wie sieht es mit den Netzen aus? Das sieht ganz gut aus. Wir generieren da auch sehr viel Energie gerade. Trotzdem würde ich lieber alle Reserven voll haben, bevor ich die Dinger wieder anschalte. Die großen Landeplattformen. Und weißt du was? Eigentlich könnten wir hier auch komplett Nahrungsdinger vollbauen. Wen juckt es denn? Wir haben neue Leute. Das geht schon fit. So. Machen wir mal Salat und noch ein paar Tomaten am Start. Hier, Tomaten sind ja lecker. Ich mag Tomaten nicht so gerne, aber das ist eine ganz andere Geschichte. So. Aber dafür mag ich Tomatenketchup. Sehr nice. Tomatenketchup. So. Da kommen wieder neue Leute. Nice. Ähm. Gerade ein bisschen stressig. Wie sieht es mit unseren Netzen aus? Energie ist fast voll jetzt. Ja, doch. Und da haben wir ein neues Solarpanel gebaut. Das sollte jetzt auch mal ein bisschen helfen, die Energie noch weiter kein Maximum zu ballern. Und eigentlich sollte man mit unseren 250.000 abgespeicherten Energiepunkten hier locker durchkommen. Ich schalte eine Plattform mal wieder an. Hab aber so ein bisschen ein Auge darauf, wie das mit der Energie aussieht. Hier ist alles gefüllt. Bis auf der hier. Hier ist alles gefüllt. Schauen wir mal, dass das auch so bleibt. Ansonsten, Netzetechnik sah das ganz gut aus. Das Wasser läuft. Handelsschiff ist gelandet. Interessiert mich eher weniger. Ja, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Das funktioniert. Brauchen die Roboter eigentlich Energie? Das würde mich noch interessieren. Jetzt ist auch noch gar kein Wind wieder am Start. Also Worst Case eigentlich. Worst Case Szenario, meine Freunde. Und wie riesig das hier auch schon ist, hier auf der Seite, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch so viel bauen werden. Das ist schon fast mehr als hier. Irgendwer wurde irreparabel beschädigt. Das ist mir jetzt gerade mal egal. Energietechnik sieht's noch. Wir sind bei der Hälfte der Nacht und haben gerade mal ein Viertel leer. Das läuft. Gut, wir haben auch nicht beide Landeplattformen eingeschaltet. Wie sieht's mit der Zufriedenheit aus? Anständig. Klar, wir haben viel gebaut. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Und dann läuft das auch wieder. Und dann sieht das ja soweit ganz in Ordnung aus. Und ganz gut eigentlich. Das freut mich doch. Hm, das, der fette Biodom und der, zwei riesen Biodome, die super arbeiten sollten. 100, wir haben fast unter 100 Essen. Das ist nicht so geil. Das ist überhaupt nicht geil. Können wir von dir vielleicht ein paar, ne, du hast gar keine Nahrung für uns. Aber ich glaub, das renkt sich jetzt so alles wieder ein. Ja, siehste, wir sind jetzt schon bei 140. Weil die ganzen Dinger jetzt endlich mal produzieren. Und das sollte auch noch weiter hochgehen. Das Fleisch bleibt solide. Trotzdem würde ich hier gern noch den Rest mit Fleischproduzenten ausfüllen. Ah, krieg ich da noch einen hin? Ne, krieg ich hier überhaupt noch irgendwo einen hin? Nö. Okay, dann haben wir wenigstens noch einen Fleisch drin gebaut. 160, guck mal, das geht auch wieder in die richtige Richtung. Da bin ich doch zufrieden. Und dann wollen wir nochmal hier so ein bisschen beobachten. Wir kriegen dann zwar noch mehr Stärke. Aber ja, who cares? Ich glaub, das ist ein bisschen Overkill, so einen Riesen-Biodom zu bauen für so wenig Leute. Und ich glaube auch, wie sieht's mit der Energie aus? Okay, jetzt grad füllt die sich erst wieder. Weil jetzt grad ist es... Ne, Tag ist schon ein bisschen länger. Da kommen auch noch mehr Leute rein. Nice. Hey, warum füllt sich die Energie nicht so schnell? Warum produzieren wir nur so wenig? Naja, weil die Windkraftwerke nicht so fett laufen, ne? Wir haben hier weg, viel weg. Und das ist nicht so geil. Ich glaube tatsächlich, Gewebegenerator wurde gebaut. Ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr großes Problem, was wir jetzt grad haben mit Energie. Da sind wieder neue Leute am Start. Nice. 275. 25 Leute fehlen noch. Lass mich das jetzt nicht versauen, bitte. Das wär ganz schön eigentlich. Wie sieht's mit der Energie aus? Ja, die Energie geht nicht mehr voll. Wir müssen morgen mal so ein bisschen übertreiben mit, äh, ne? Wir kappen hier mal komplett den Strom. Ganz ehrlich, weil wir brauchen's halt auch nicht mehr. Und die Mine eigentlich auch nicht mehr. Obwohl die Mine verbraucht jetzt nicht so viel Strom. Oh, geil. Ein fettes Schiff mit neun Leuten. Nice. 277 Leute. Meine Freunde. Ich glaub, der nächste Part wird schon der letzte sein, wenn wir jetzt noch nicht arg was verkacken. Und ja, das war ein kleiner Teaser drauf, dass das Ark Let's Play bald weitergeht. Das ist aber nicht das, äh, Let's Play, was, äh, das Pendant zu Planet Base quasi. Das ist ein anderes, äh, Let's Play. Ark wird bald weitergehen und darauf freu ich mich auch schon sehr. Ja, damit sollten wir die Nacht auskommen. Ist aber trotzdem nicht so geil. Ich werd hier oben mal ein paar mehr Solarpanel bauen in Auftrag geben. Zwei Stück. Einen hier. Dann verbinden wir den eben. So. Wir haben ja genug Ressourcen, oder? 101. Wir haben mehr, also wir können 200.000 Stück von den Dingern bauen. Okay, vielleicht nicht 200.000 Stück, aber trotzdem genug, um unsere komplette Kolonie zu powern. Erstmal jedenfalls. Da müssen wir nämlich gucken, dass es wichtiger ist, dass die Leute jetzt erstmal zufrieden sind. Denn die Leute sind auch... Ja, die Leute werden wieder zufrieden, sobald es gebaut ist. Ah, guck mal, die ganzen Bots, wie geil einfach. Die sind doch viel schneller als Menschen. Das ist viel geiler, Bots zu haben einfach. Die Menschen können sich entspannen. Das ist auch so ein spannendes Thema eigentlich, worüber man mal reden könnte. Was ist denn, wenn wir in naher Zukunft irgendwann alles von Bots erledigen lassen und kein Mensch mehr arbeiten muss? Was ist dann? Wie verdient man dann sein Geld? Wie kommt man in neue Waren? Brauchen wir ein neues System oder so? Das ist... Oh, und geil. Sand... Ah, nee, Sandstorm am Tag ist immer scheiße. Sandstorm am Tag. Ich hoffe, der Sandstorm kommt in der Nacht. Das ist meine geheime Hoffnung. Weil wenn der am Tag kommt, haben wir ein bisschen verkackt. Weil dann natürlich... Oh ja, bitte bau das Solarmodul schnell auf. Weil dann unsere Solarpanels nicht funktionieren. Oh, schon wieder die Jürgens, Alter. Was ist denn los bei den Menschen, ey? Hör doch mal auf, hier anzugreifen. Die Alarmstufe rot, auf jeden Fall am Start. Der krallt sich direkt schon mal. Die krallen sich schon mal die Waffen, was geil ist. Nice, guck mal. So will ich es sehen. Alarmstufe rot, alle krallen sich die Waffen. Und die Leute werden jetzt gleich erstmal weggebombelt. Wir müssen... Neben der Alarmstufe, die gerade ausgelöst wurde, auch noch ein bisschen... Hallo, das ist Eindringling. Wollt ihr den hier rumlaufen lassen? Ich glaube nicht. Eindringling wurde getötet. Nice. Eindringling wurde getötet. Zwei Stück. Die sind alle kacke drauf. Ist ja egal. Alle drei Eindringlinge getötet. Waren es nicht vier? Ich weiß es nicht mehr. Keine Alarmstufe. Doch, da ist noch einer. Aber der ist jetzt auch gleich tot. Nice. Aber eine Wache hat es mit erwischt. Das ist jetzt nicht so schlimm gerade mal. Schlimmer wäre, wenn wir keinen Strom mehr hätten. Aber das geht gerade in die Richtung. Ich glaube, wenn... Ja, wenn der Salat... Salatsturm. Genau, Leute. Wenn der Salatsturm gleich erst anfängt, dann passt das alles. Die Leute dürfen schlecht drauf sein. Anständig. Das geht sogar. So, 24 Leute fehlen noch. Wir haben natürlich jetzt jemanden verloren. Aber das geht schon in Ordnung. Das muss nur noch gebaut werden. Ich hoffe, da fährt... Ah ja, guck mal. Da kommen schon zwei Baubots. Die erledigen das hoffentlich für uns. Und da landet noch ein weiteres Schiff. Hallo. Salatsturm kommt bald. Damit kann ich leben. Und dann ist das Solarpanel auch aufgebaut. Sehr schön. Das könnt ihr auch noch kurz anschließen. Nice. Dann haben wir jetzt auch noch mal kurz wirklich viel Strom, den wir generieren. Und wir sind strommäßig dann schon wieder fast voll. Und ja, unsere Kapazitäten sollten eigentlich ausreichen, um unsere Kolonie durch die Nacht zu bringen. Das haben wir ja schon erlebt. Aber die müssen halt auch voll sein. Und wenn der Solarsturm jetzt gleich in der Nacht kommt, ist das umso geiler, weil... Ja, nice. Jetzt gerade... Jetzt gleich fängt die Nacht an, aber dann laufen auch alle unsere Turbinen auf Hochdruck. Was alles sehr cool ist. Die sind alle schlecht drauf. Ja, viel gebaut. Viel, viel, viel gebaut in letzter Zeit. Was war da oben? Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. So, dann machen wir es mal wieder schneller, weil immer, wenn man Solarsturm... 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 Sandsturm anfängt, ist ein bisschen Trara am Start. Okay, sehr geil. Die könnten wir eigentlich auch wieder powern, aber wir brauchen aktuell wirklich gar nichts davon. Aber dann stapelt sich natürlich der andere Quatsch in unserem Lager. Nochmal zwischengespeichert. Dankeschön. F6, Alarmstufe wieder ausmachen. Und... Das hier nimmt langsam wieder ab. Aber, guck mal, unsere Energie ist voll sogar fast. Voll geil. Mega noise. So, schalten wir das wieder an. Gucken wir mal, ob unsere Zufriedenheit... Die ist anständig. Das geht ja gerade so. Aha, guck mal, da landet ja auch schon wieder ein Schiff. Nice. Aha, ein blauer Typie, ein Arbeiter, 279 Leute, 20 Leute fehlen wir noch. Die kriegen wir natürlich nicht mehr in diesem Part zusammen. Es sei denn, wir rasten jetzt richtig aus hier. Machen wir das auch mal wieder an. Weil Strom geht ja, soweit ich das sehen kann. Also, sobald ich das begründen, abschätzen kann, geht das. Und notfalls haben wir auch noch das hier. Äh, beziehungsweise das hier. Alle nicht lebensnotwendigen Strukturen deaktivieren, aber ich glaube, das müssen wir nicht einsetzen. so viel. 47? Wir produzieren ja schon fast gar keinen Strom mehr. Okay, was kommt hier an? Alles klar, noch ein Biologe. 20 Leute fehlen noch, Leute. 20 Leute. Leute. Leute, 20 Leute, Leute, 20, 20 Leute, Leute. Okay. Ja, Strom geht klar. Wir verbrauchen die Akkus zwar wirklich, wirklich schnell, aber wir haben auch wirklich, wirklich viele davon. Ich glaube aber, wir sollten noch ein paar bauen, einfach nur, um auf der total safe Seite zu sein. Aber nicht jetzt. Es landet schon wieder ein Kolonistenschiff. Holy Crap. Und noch ein Biologe. Hallo. Essenstechnisch, ja, kann ich voll mit Leben. Der andere Biodom macht seine Arbeit wirklich, wirklich gut. Hier ist es auch ein bisschen cleverer aufgeteilt mit Schlafsälen, die direkt daneben sind und, ach so, ups. Ja, da soll ich den vielleicht auch füllen. Das habt ihr bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Klö, im Fussel schreit Schlafsaal. Ich schwöre dir, sonst schläft da keiner. Ja, passt. Und tschüss. ein Handelsschiff, das landet, das dürfte direkt unter mir sein. Genau, das habe ich gehört. Wieder so ein Weizen-Typ. Ja, du hast absolut nichts Interessantes. Für unsere 13 Nahrung kann ich nur wirklich nichts anfangen. Und da sind neue Leute gekommen. Geil. 282 Leute. 18 Leute noch. Noch 18 Leute. Leute. Bauteile wurden gebaut. Boat. Aha. Große Schiffe mag ich ihm am liebsten. Noch zwei Leute. 284. 16 Leute fehlen noch. Wir könnten ja auch eigentlich eine längere Folge hier raus machen. Dann wäre das quasi die letzte Folge. Weil ich glaube, so viel Spannendes passiert nicht mehr. Dann hättet ihr zwar eine Folge mehr, wenn ich das jetzt noch aufteile, aber die letzte Folge wäre dann nur noch, hey, wir haben es geschafft. Und wir können es ja auch noch in dieser Folge schaffen eigentlich. Dann wird das halt mal eine special lange Folge von Planet Base. Du hast auch wieder nichts Interessantes. Aber warte mal. Ich würde gerne gucken, wie du aussiehst. Ja, ich hätte vielleicht nicht auf Entlassen klicken sollen. Da sind wieder neue Leute am Start. 285. 15 Leute fehlen noch. Das hier können wir mal wieder anschalten. Und das hier auch eigentlich so viel Strom verbraucht. Der Kram ist dann doch nicht. Die Raumhafen verbrauchen viel mehr Strom. Ich verstehe immer noch nicht, wieso. Das können wir verbinden. Und dann vielleicht hier noch ein paar Akkus hinbauen. Ja, vielleicht nicht in der Nacht. Vielleicht nicht in der Nacht. Was kommt da an? Ein weiteres. Ah ja, zwei Leute. Nice. 13 Leute fehlen noch. Das läuft doch. Essenstechnisch sind wir sehr gut bedient. Das läuft sehr, sehr gut. Die Zufriedenheit der Leute geht immer weiter hoch, weil wir ja nichts mehr bauen. Und Energie, das ist halt jetzt noch die Frage. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Energiegewinnung durch die Kraftwerke. durch die Oh ja, da ist auch noch was gelandet. Ah ja, warte, zack, F6, Alarmstufe Rot, bitte da mal. Und dann dürfen sich die Leute hier bewaffnen. Haben wir hier aber Waffen drin? Ein paar. Hier sind aber drei Sicherheitsmachmänner drin. Genauso wollte ich das auch, dass hier ganz viele sind, die einfach nur an den Konsolen hängen und wenn da niemand reinkommt, wird da direkt abgeballert. So, zwei Eindringlinge wurden getötet. Da sind noch zwei. Komm Leute, steht auf. Einfach umgeballert und der wird auch noch umgeballert. Nice. Das hat doch bestens funktioniert. Waren da sechs bei oder waren das weniger? Es waren glaube ich sechs. Das heißt, ich deaktiviere mal wieder den Alarm. Das lief doch echt gut. Also jetzt nicht so geil gewesen natürlich. Okay, der hat Rohstoffe Händler. Wie sieht der denn aus? Hat der irgendwie, ah, der hat so eine Sonne mit vielleicht Planeten oder so. Tschüss. Wenn das überhaupt eine Sonne sein sollte. Wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal wieder auf unseren Energiehaushalt, der auch ganz okay aussieht. Beschleunigen wir das mal wieder und schauen dann mit einem wachenden Auge über unsere Kolonie, zu der sich jetzt neue Leute dazu gesellen. Ein neuer Arbeiter. Guten Tag. Zwölf Leute fehlen noch. Das machen wir auch noch in diesem Part. Machen wir den längeren Part. Okay. Das eingehende Nachricht. Ein Schiff mit beträchtlich Gruppe von verstrahlten Nukleararbeiter bittet um Hilfe. Nö. Wir sind eine Arschlochkolonie. Wir lassen niemanden rein. Es sei denn, sie sind neue Bewohner. Hallo. Zwei neue Bewohner. 290. Zehn Leute noch. Zehn Leute. Zehn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir was hier was erreichen. Ist das so schön. Und ein weiterer Händler. Was ist das hier? Freiberuflicher allgemeiner Händler. Das ist wahrscheinlich wieder auch so ein allgemeines Warenlogo drauf. Ja. Hat man so ein bisschen gesehen. Glaube ich. Ah, da geht die Sonne auf. Geil. Okay. Unsere Solarpanel sollten gute Arbeit leisten, oder? Ja, guck mal hier, ey. Hammer. Ein weiteres Kolonistenschiff mit einem Mitarbeiter. Einem, einem weiteren Typi. Typi. Okay. Ja, die füllen sich doch recht schnell wieder auf. Tag ist noch nicht mal halb um. Aber ich glaube, ein paar Solarzellen mehr würden nicht schaden, oder? Die ganze, die ganze Schose hier läuft auf guter, sauberer Energie. Hallo. Und ein weiterer Arbeiter. 2,92 Leute. Es fehlt nicht mehr viel. Und ich glaube, so viel kann auch jetzt nicht mehr kaputt gehen. Wie sieht es hiermit aus? Ne, guck mal, die Energie ist fast wieder voll. Und wie, die Tag ist, die Tag, die Talk ist nur nicht mal um. Ich baue hier trotzdem nochmal ein Handelsschiff ist gelandet. Das ist ja sehr schön. Ich baue hier trotzdem nochmal ein fettes Solarmodul hin. Genauso wie einen fetten Collector. Die würde ich gerne connecten. Handelsschiff ist gelandet. Das ist okay. Hallo. Tschüss. 293 Leute. Da hinten ist anscheinend wieder was gelandet. Ja, da hebt es gerade ab. Man sieht es noch. Und dann bauen wir die beiden Teile noch, die da mit unserer Basis connected sind. Dann ist hier oben unser rundes Windarray. Das könnte man noch quasi hier, wenn das hier mal kaputt geht, ey, diese Kackverbindung, die nur dafür da ist um den Strom. Naja. Oh, da landet wieder was. Oh, wieder ein Kolonistenschiff. Wieder mit einem Kolonisten. 294 Kolonisten. Geil. Ach ja. Ach ja. Tschüss. Das ist doch echt geil. Sechs Leute fehlen noch. Sechs. Ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann wirklich mal 300 Leute hier haben und es nix kaputt geht. Ich habe gedacht, ich mache es kaputt. Hallo. Du interessierst mich nicht. Tschüss. Warum könnt ihr nicht Energie oder sowas haben? Nice. Auf jeden Fall wurde der Energie-Collector gebaut, der uns absolut, absolut, absolut gar nichts bringt aktuell. Und das Solarpanel wird auch gleich gebaut, sobald ein Roboter rausgeschickt wird oder ein Mensch rausgeschickt wird. um es zu bauen. Denn die nötigen Rohstoffe liegen bereits dort. Gucken wir nochmal ganz kurz. Ja, hier, guck mal. Wir sind komplett voll und Wind ist sogar noch komplett voll. Das heißt, wir verbrauchen auch sehr wenig gerade. Sehr nice. Und so ein Ding hat ja immer Platz für 12.500 Energieeinheiten. Deswegen haben wir hier noch eine weitere mit 12.500 Energieeinheiten. Das wird uns schon ein bisschen noch unter die Arme greifen. Das reicht halt für, keine Ahnung, ein paar Sekunden aus. Warte, wo sind unsere, was wird gerade leer gedraint? Ich sehe es gar nicht. Das hier. Hier, guck mal, das geht schon recht schnell leer und wir haben auch gerade voll Windelektronen. Hast du immer noch keinen Sauerstoff? Dein Ernst? Bist du der Schlafsaal, der anscheinend keinen Sauerstoff hat? Welcher Schlafsaal ist es? 294 und da ist ein Handelsschiff. Guten Tag. Freiberuflicher Elektronik-Händler. Wie siehst du aus? Ah, geil. Das ist mit so einem Elektronik-Chip. Nice. Entlassen. Das sind so Kleinigkeiten, die einem erst später auffallen einfach. Schlafsaal hat keinen Sauerstoff. Welcher? Echt jetzt? Warum? Du hattest doch bis jetzt immer sauer. Das war doch nie ein Problem für dich, du. Okay, dann hast du halt keinen Sauerstoff. Mir egal. Was sagen unsere Netze, unsere Sauerstoffsnetze? Wir haben Sauerstoff für 400 Leute. Also sechs Leute geht halt noch. Das heißt aber auch, dass das hier der letzte Part Planet Base sein wird. Eingehende Nachricht. Ein Schiff mit groß. Nein. Der letzte Part Planet Base. Zumindest auf diesem Planeten. Fünf Leute noch. Zumindest auf diesem Planeten mit diesem Save Game wird das auf jeden Fall der letzte Part Planet Base sein. Ich sage an dieser Stelle schon mal, vielen Dank fürs Zugucken. Ich meine, das sage ich gleich nochmal, aber ich kann es ja jetzt trotzdem schon mal sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein sehr cooles Spiel, auch wenn es zwischendurch ein paar Folgen gab, wo ich nicht weiter wusste. Aber das hat so ein Spiel nochmal an sich. Es ist halt so ein Aufbauspiel und ich würde gerne ein paar Let's Plays noch dazwischen schieben, bevor es dann weitergeht mit Planet Base. Planet Base wird auf jeden Fall eine zweite Staffel haben. Das kann ich schon mal ankündigen. Auf einem anderen Planeten. Es gibt mehr Planeten, ja. Was sehr cool sein wird. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Aber in der Zwischenzeit kommen halt ein paar andere Let's Plays mit einem bisschen frisch halten, den Kanal. Dann kann ja jemand denselben Quatsch machen wie eine Kraft. Ja. Ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn es... Ah, hallo, 296. Wenn es dann in Staffel 2 gibt. Und dann will ich mir auch gerne andere Bedienungen ausdenken, die wir für das Let's Play erreichen müssen. Es gibt da gewisse Steam Achievements, an die ich denke. Ah, ja. Da ist irgendwas explodiert. Ich frage mich auch, ob ich alle Patente dann noch habe, die ich hier freigespielt habe. Gen-Tomaten, Gen-Zwiebeln. Ja, der Schlafzahn hat keinen Sauerstoff mehr. Wo ist denn dein scheiß Problem, Alter? Dann schlafen doch alle woanders, Mann. Hilfe, Hilfe, kein Sauerstoff. Warum hat der jetzt plötzlich keinen Sauerstoff mehr? Das ist so dämlich. Es fehlen noch vier Leute. Wie sind die Leute drauf? Schlecht, macht nichts. Es kommen bestimmt noch vier Leute. Und, ähm, Piu, Piu. Ich bin aber sehr zufrieden mit dieser Kolonie. Auch wenn es, es war halt meine erste. Ich habe ein paar Fehler gemacht, die man auch hier sieht, jetzt mit dem Schlafsaal. Ähm, Schlafsaal immer an Sauerstoff anschließen und den Sauerstoff dann an die, an die einzelnen Gebäude. Ich glaube, das ist eine gute Struktur. Dann kann man hier an den Sauerstoffgenerator vielleicht zwei Schlafseele anschließen oder so. Da sollte so ein großer Sauerstoffgenerator eigentlich kein Problem mit haben. Ähm, dann Kantinen so in der Mitte und die Sachen relativ nah zu den Schlafseelen und, äh, zu Laboren. Also Sachen, die, wo die Leute zusammenarbeiten müssen. Was ist da? Dann ein weiteres großes Handelsschiff mit Essen. Ähm, Menschen, die einfach Biologen zum Beispiel, dass man die, äh, in dieselben, dass man Biologengebäude nah beieinander baut. Also Gebäude, in denen Biologen arbeiten müssen. Und so weiter und so fort. Dass man die Dinge an der Nähe von den Eingängen baut, weil die Leute, die verletzt sind, meistens von draußen kommen. So Sachen halt. Und wenn man die an den Eingängen baut, diese Krankenstationen, dann können wir auch Leute, die, äh, so Flüchtlinge besser behandeln. Das können wir alles beim nächsten Mal mit, äh, mit reinnehmen ins Let's Play quasi. haben wir das alles gelernt, was sehr geil ist. Ich mag Sachen zu lernen. Anständig. Es könnten aber langsam mal noch vier Leute kommen, oder? Vier Leute kriegen wir doch noch hin in diesem Part. Ich meine, ihr wisst, dass ich es hinbekomme, weil sonst lade ich den Part nicht hoch. Egal, wie lang der Part wird. Wenn er eine Stunde geht, geht er eine Stunde. Ist mir egal. Dann wird er nur ein paar Schnitte drin haben, weil ich jetzt keine Stunde mehr Zeit habe. Aber das geht schon fit. Und hier so ein kleiner, süßer Mini-Sauerstoffgenerator. Oh, da kommen neue Leute. Hoffentlich keine Bösen. Nein, ein Mensch. Nice, guten Tag. Und ein Handelsschiff auf dem anderen Slot. Hallo? Nope. Wir können Handelsschiff eigentlich... Äh, mittlerweile können wir... Äh, wo war das denn? F5? Ja, genau. Händler schalten wir mal aus. Wir wollen keine Händler. Wir wollen nur noch neue Kolonisten haben. Und zwar drei Stück. Das wäre ganz toll. Aber sonst, wie gesagt, das Spiel hat mir gut gefallen. Könnt ihr mal in die Beschreibung, in die Beschreibung, in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Wie das Let's Play euch gefallen hat. So ein abschließendes Fazit vielleicht zum Let's Play oder so. Wie lang wart ihr dabei? Habt ihr von Folge 1 geguckt? Und sowas. Das würde mich alles echt interessieren. Und, ähm... Habt ihr Planet Bay selber gespielt? Das ist vielleicht auch mal interessant. Und wenn ja, wie weit seid ihr gekommen? Ich wurde ja auch gefragt... Ach, come on. Ich wurde ja auch gefragt, ob, äh, ich das Savegame online stelle. Und ja, in der Beschreibung, wenn es alles... Wenn alles gut geht, steht in der Beschreibung ein Link mit dem Savegame. Ähm... Wenn nicht, dann erinnert mich in den Kommentaren dran. Aber schreibt nicht, ey, klump Savegame, du Opfer. Sondern schreibt, ey, du hast das Savegame vergessen oder sowas. Das wäre recht lieb. Allah, steh doch nicht einfach da rum, du Trottel. Es geht gerade ins Negative. Ach, Mann. Einer ist gestorben, vier Eindringlinge sind tot. Zwei sind gestorben. Alter. Ich will doch nur fucking 300 Leute haben. Und jetzt haben wir wieder 296, 295 glaube ich sogar, oder? Aktualisiert sich das? Das aktualisiert sich ja immer eher. 295. Fünf Leute fehlen noch. Mensch, das kommt mir bekannt vor. Es geht den Leuten schlecht. Das heißt, es wird auch wieder eine ganze Weile dauern, bis 295 Leute da sind. Äh, äh. Sowas fand ich halt doof, dass man halt so lange warten muss, einfach nur damit neue Leute kommen. Ähm. Das war ein bisschen komisch. Was ich mag an dem Spiel, dass wirklich alles, auch wo ich am Anfang dachte, dass es, äh, wo ich nicht dachte am Anfang, dass es, äh, irgendeine Rolle spielt. Zum Beispiel dachte ich, okay, du baust halt irgendwo Sauerstoffgeneratoren, vielleicht hier Sauerstoffgeneratoren und hier baust du den ganzen Rest der Kolonie. Das passt schon. Aber nein. Die providen Sauerstoff in dem, ja, in einem angrenzenden Bereich halt. Das habe ich mir halt schon gedacht. Aber was ich nicht gedacht habe, dass jeder Mensch Sauerstoff benötigt. Ich meine, dass jeder Mensch Sauerstoff benötigt, war mir klar. Aber das ist auch davon abhängig, wo die Menschen gerade sind. Aha, guck mal, jetzt ist diese Verbindung kaputt. Eine sehr, sehr wichtige Verbindung. Was nur noch funktioniert, weil die, dass die Kolonie hierüber noch angeschlossen ist. Wenn ich das nicht schnell genug repariere und da noch Meteoriten einschlägt, sind wir so übrigens am Arsch. Aber das geht schon. Ähm, also die Menschen halt, genau, jetzt wie hier zum Beispiel im Schlafsaal. Hier sind ganz viele Menschen im Schlafsaal. Deswegen hat er weniger Sauerstoff. Und wären die ganzen Menschen hier weg, dann würde das hier glaube ich noch funktionieren. Aber die atmen den Sauerstoff, der von dem hier und dem hier provided wird, weg, bevor das in den Schlafsaal kommt. Sowas zum Beispiel finde ich extrem cool. und gibt auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen zusätzlich noch was zu dem, zu dem Spiel. Und in dem Sinne dann halt auch zu dem Let's Play. Aber langsam könnten wirklich mal noch fünf Leute landen. Oh, das wäre eigentlich ganz nett. Weil sonst hätte ich auch noch locker eine zweite Folge draus machen können. Ich fühle mich gerade ein bisschen von diesem Spiel hintergangen. Einfach mit zwei Monolithen. Wie viel kosten die jetzt eigentlich? Ich glaube, die Kosten haben sich auch verändert. Ich meine, es war früher günstiger. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Wir können eigentlich noch einen dritten Monolithen bauen, oder? Da kommen mehr Leute. Ne, ich will, dass es den Leuten besser geht hier. Denen geht es nämlich gerade schlecht und das ist nicht so geil. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ach, kommt schon. Und wenn alles gut geht, startet auch demnächst wieder ein neues Let's Play mit dem Early Boy. Ach ja, und was ich sagen kann. Leute, Ähm, Arc, da kommt ja was Neues und ihr könnt mitmachen. Aber, ich mach das nicht alleine. Und es können nur die Leute von euch mitmachen, die mich auf Twitch subscribed haben. Oder die anderen Teilnehmer von dem Projekt. Ähm, jeder Twitch Subscriber von, oder Hitbox bei manchen, äh, kann später auf einem Arc-Server mitspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag's trotzdem. Ich glaub, mittlerweile müsste das Arc-Level-Play schon online sein. Ich nehm ja grad im Voraus auf Planet Base, weil ich bald wieder Prüfungsstress haben werde. Also, wenn ihr das guckt, hab ich bestimmt schon Prüfungsstress. Leute, es kann doch nicht sein, dass jetzt wirklich keiner mehr kommt. Was ist da los? Es kommt halt wirklich, den ganzen Tag ist kein, nicht ein einziges Raumschiff gekommen. Es fehlen nur noch fünf. Eingehende Nachricht. Ja, was steht denn da? Oh. Ah, das ist eine kleine Gruppe, die hätte ich noch mitnehmen können. Kajüte hat keinen Sauerstoff. Wo ist euer Kackproblem? Das hat früher immer geklappt und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Strukturen haben keinen Sauerstoff. Zwei. Drei. Was zum Teufel? Weil hier so viele rumhängen natürlich. Ja, klar. Aber hier ist alles gut. Hier ist super. Da ein Sauerstoffgenerator, da einen, da einen. So dreieckig auch aufgebaut, so ein bisschen. Und hier ist auch noch einer. Und hier ist auch noch einer. Und hier ist auch noch einer. Die haben Sauerstoff. Geht einfach mal, geht da hin zum Atmen. Dann passt das schon. Ich glaube, ich setze hier mal eben einen Schnitt, bis der nächste, bis der nächste Flieger kommt. Obwohl, ich habe nie einen Schnitt gesetzt im Planet Base. Zumindest, äh, keinen Schnitt, wo was passiert ist. Es kann ja immer sein, dass irgendein Meteorit einschlägt. Wir fliegen einfach noch mal über die Kolonie und gucken uns die ganzen Sachen an. Wir starten einfach mal da, wo wir gestartet haben. Ich glaube, das hier war tatsächlich das Erste, was ich gebaut habe hier. Diese Schleuse, das Erste, was ich gebaut habe. Danach kam direkt der Sauerstoffgenerator. Und danach kam, glaube ich, direkt die Cafeteria hier und der kleine Biodom. Das werde ich auch wieder so bauen. Achso, ja, weil wir die Kiefern da drin haben, braucht es auch Sauerstoff, natürlich. Nachts aber nur. Jetzt sollten wir die Kiefer hier abreißen. Die produziert jetzt Sauerstoff, aber nachts braucht die halt Sauerstoff. Generiert Sauerstoff für ca. zwei Personen und nachts entzieht es Sauerstoff für ca. zwei Personen, denke ich mal. Aber es könnten echt mal schlecht geht es den Leuten. Eieiei. Noch ein Roboter kaputt, macht nichts. Wir haben 37 Stück. Kein Problem. Die hier rumkreuchen und fleuchen. Alter, fünf fucking Leute, das kann uns nur schwierig sein, man. Das wäre jetzt echt nicht wahr. Wir haben teilweise in einem Part in zehn Minuten nur 50 Leute dazu bekommen. Ja, nicht wirklich, aber, ne? Ich hätte gerne noch fünf Leute. Da nicht. Da nicht. Wir gucken mal wieder von da oben. So. So. Von hier aus sehen wir nämlich alles. Also alle Landezonen. Und eigentlich auch die ganze Kolonie, wenn wir so ein bisschen so gucken. Wir haben hier Sachen, wir haben hier drüben Sachen. Mittlerweile sollten wir auch so groß sein, dass sich nicht jeder kennt. Das habe ich ja schon mal gesagt. Aber es gibt bestimmt Leute, die sich hier in der Kolonie nicht kennen. Man kann auch neue Leute kennenlernen. Das ist ganz geil, finde ich. Ich meine, es ist auch ganz cool, wenn man alle kennt und jeder einen kennt und jeder mit jedem oder so. Also nicht jeder mit jedem bestimmte Sachen, sondern jeder mit jedem so ein bisschen cool drauf ist. Aber, wenn man neue Leute kennenlernt, das ist auch sehr cool. Ich hätte wirklich, wirklich gerne neue Leute. Nur fünf. Das reicht schon. Wie sieht es denn hiermit aus? Immer noch schlecht. Wir müssen warten einfach. Das ist jetzt einfach ein Waiting Game, weil wir dürfen auch nichts mehr bauen, weil dann geht es den Leuten immer noch schlecht. Wenn wir nichts machen, dann geht es den Leuten wieder gut. Deswegen ist es halt wirklich einfach nur ein Abwarten und gucken, was passiert. Aber die Musik ist auch so schön, ne? Sandstorm kommt auch bald. Mitten in der Nacht ist das natürlich sehr cool. Am Tag nicht so. Vor allen Dingen könnten dann halt keine Leute landen. Aha. Komm schon, zwei Stück noch. Zwei. Äh, zwei große Flieger, dann haben wir es. Wenn die zwei Flieger jeweils drei Leute oder drei Leute oder einmal zwei Leute dabei haben, wir brauchen halt fünf Leute. F2 wollte ich drücken. Wir haben 100 Arbeiter, 100 Biologen, 60 Ingenieure, 15 davon, 15 davon. Ist auch doof, dass gerade eben noch Leute gestorben sind, ne? Ich weiß, was ich mache. Ich mache eine Timelapse rein. Hier kommt jetzt eine Timelapse mit der Hintergrundmusik von Planet Base. Viel Spaß und hoffentlich landen Leute. Und da fällt mir gerade auf, dass unsere Ressourcen immer und immer und immer mehr zu Neige gehen. Holy Crap, stopp. Wir haben nur noch 78. Wann ist das denn passiert? Wann ist das denn passiert? Weißt du, ich dachte mir so, ah, wir sind safe, gar kein Problem mehr und wir haben nur noch 78. Essen ernsthaft? Wannen? So viele neue Leute haben wir jetzt nicht dazu bekommen, dass 100 Essen auf einmal plopp verschwinden, weil, weiß ich nicht. Das ist ja Quatsch. Ich meine, ich könnte hier natürlich jetzt noch einen Biodom bauen. Aber es kann doch einfach nicht sein, dass einfach plötzlich so viel weniger zu essen da ist. Ich meine, wir müssen jetzt noch einen Biodom bauen. Es hilft ja alles nichts, aber das ist schon ein bisschen seltsam, oder? Ich meine, ich werde jetzt hier oben einfach noch einen Biodom bauen. Gut ist, aber trotzdem, hä, es ist mega great gerade. Okay, bauen wir einen weiteren Biodom und zwar keinen so fetten, sondern einen kleinen, mittleren irgendwie. Ich würde den gerne hier hin bauen, aber das geht ja anscheinend nicht. Dann bauen wir ihn hier hin und connecten ihn hier dran und connecten die beiden. Dann sollte das ja auch schon wieder laufen. Hä, das ist gerade mega seltsam gewesen. Aber es ist generell mega seltsam, weißt du, kurz vor Erreichen des Ziels kommt dann einfach nichts mehr. Ich hätte es gerade gesehen, als ich F2 gedrückt habe und dann, 84? Never. Und dann gucke ich rein, oh, 84, da fuck. Und auch unsere Ersatzteile gehen ja auch runter, die waren ja auch immer konstant bei 100. Gut, die müssen jetzt erstmal nachproduziert werden, aber so ein bisschen seltsam ist das schon, hä? Ja, sehr, 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 sehr seltsam. Warum passiert das plötzlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mach mal wieder schnell, weil es hilft ja alles nichts. Ich meine, wir kriegen ja auch immer wieder mehr und wir sind dann auch wieder bei 100 und so weiter und so fort und beim Fleisch auch irgendwann, aber trotzdem, ich will nicht bei irgendwie 80 äh, Essen rumkreuchen und fleuchen. Ich meine, die ganzen Dinger sind, wir haben 436. Holy shit. Was soll man mit so viel? Ich glaube, ich schalte Händler wieder ein und verkaufe den ganzen Scheiß, den wir haben. Das haben wir ja schon mal gemacht. Äh, F5 war das, um Händler wieder einzuschalten. Dann machen wir das mal ganz kurz. Ich muss ja mal ganz kurz hier so meinen Aufnahmetongel wieder zurückholen. Das ist, der Part geht schon viel länger, als ich wollte eigentlich. Ja, zack, zack, gar kein Problem. Da kommen noch neue Leute. Locker, easy, aber es kommen halt, es kommen halt niemand mehr. Ey, was ist da los? Das ist, als würde Planet Base nicht wollen, dass ich das Let's Play zu Ende bringe. Aber wir erreichen die Kack 100 Leute noch. Wir erreichen das noch. Auch wenn ich keine Zeit mehr habe, auch wenn ich eigentlich schon lange weg sein muss, wir erreichen das noch. Und wenn ich kurz einen Cut setzen muss, um gleich weiter aufzunehmen. In diesem Part schaffen wir das, auch wenn der Part eine Stunde geht, ey. Entschuldigung für die Leute, die dann lieber 3,20 Minuten Parts gehabt hätten, aber ich habe gesagt, wir machen das in dem Part noch und dann machen wir das auch noch. Biodom wurde gebaut. Schön. Ah, neue Leute, neue Leute, neue Leute, neue Leute, neue Leute, Handelsschiff, verdammt! Fick dich, Handelsschiff, fick dich! Okay, verkaufen die alles, was sie haben davon, ist doch egal. So, gib mir mal ein bisschen Geld dafür, ist mir egal, wenn es nicht reicht. Wir brauchen einfach nur, wir brauchen nicht so viel von dem Krams. Danke, 34 Stärke erstmal verkauft. Dieser Biodom sollte auch, ja, nice. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Nicht, dass wir uns da jetzt noch ein bisschen verzetteln, wenn wir jetzt schon mal so kurz vom Ziel sind. Wir sollten trotzdem die Basics nicht vergessen. Machen wir noch einen Wasser da dran und ballern in dieses Biodom, in diesen Biodom einfach mal, weißt du was, Kack, Gentomaten, ist mir jetzt egal. und den Rest machen wir mal aus Zwiebeln. Wir brauchen einfach nur Zeug. Ist mir ja auch egal, ob das jetzt Gentomaten sind oder nicht. Ich meine, geschadet hat es noch nicht. Wir haben schon Gentomaten drin, vielleicht hat es geschadet, ich glaube, aber nicht. Ähm, weiß ich nicht, tatsächlich. So, die Leute sind alle so unzufrieden, ist mir ja ziemlich egal gerade. Eigentlich nicht, eigentlich sollen alle Leute zufrieden. Hier sind mehr Leute zufrieden als drüben. Hier der Teil der Kolonie ist besser geworden. Noch ein Händler, alles klar. Was willst du haben? Die können wir auch ein bisschen stärker vertickern, ist mir jetzt auch egal. So. Nice. Gib mir mal deine ganzen Münzen, bitte. 40% Kommission, du hast weniger Kommission als der andere Stinky da drüben. Nice. 100 Münzen kriegen wir dafür genau. Dann sind wir wenigstens noch bei den 2000 Münzen. Wasserextraktor wurde gebaut, Struktur wurde gebaut, das ist sehr schön alles. Und dann bauen wir hier auch noch die ganzen Nice. Dann kriegen wir hiermit auch ein bisschen mehr Essen dann wieder. Weil das ist mir echt zu wenig. Auch Fleisch ist mir das zu wenig. Was produzieren die denn? Kein Fleisch mehr, das ist super seltsam alles gerade. Aber hier sollte jetzt ordentlich was abspringen. Die produzieren ja immer vier anstatt drei, wie die ganzen anderen das machen. Zum Beispiel hier die. Und die produzieren ja immer nur zwei und eine Stärke mit dabei. Brauchen wir halt auch nicht. So, wie viel kriegt der noch? Eine Ressource. Alles klar. Und Tschüss. Dann haben wir 2031 Goldmünzen oder Credits oder what ever. Die Bots sind schon kaputt, die Transportbots. Aber ist doch egal. Wir haben noch genug Bots. Ist doch, ist wirklich egal eigentlich. So, dann ähm würde ich sogar fast schon mal wieder sagen Timelapse, weil unser Essen ist wirklich wieder gut. Das sieht doch wirklich gut aus, das Essen. So will ich es mir. So will ich es haben. So will ich es. Genauso will ich es haben. Ein bisschen mehr kann immer noch. Dann schalte ich jetzt mal wieder die Händler aus. Ich glaube wir hatten das Problem, weil wir keine Lager hatten. Weil alle Lager voll sind. Mit unnützem Kram. Wie Stärke. Die man eigentlich mal wegschmeißen könnte. Ähm Ja, ich mache wieder so eine kleine Timelapse für euch rein. Vielleicht mache ich auch gleich einen Cut. Verhungert? Dein fucking Ernst, Alter? Alter, du kannst hier Essen nehmen. Ist überhaupt gar kein Problem. Obwohl, vielleicht sollten wir noch eine Cafeteria bauen. Ich brauche doch nur noch sechs Leute. Holy Crap. Oh Gott. Die haben alle Hunger. Ja, hier ist... Warum ist da kein Essen drin? Okay, die holen sich gerade alle Essen. Warum gehen die bis da hinten hin? Äh, okay. Wir haben anscheinend noch ein bisschen mehr Probleme. Der Part wird niemals enden, glaube ich. Ich glaube, der Part wird niemals enden, einfach. Okay, die essen jetzt alle. Die essen nice. Die kriegen zu essen. Wir könnten... Ja, wir könnten eventuell hier hinten noch eine Cafeteria dran bauen. Hier so. Hier. Noch einer, der verhungert ist. Was ist denn los jetzt? Reicht. Noch einer ist verhungert. Hallo? Würdet ihr aufhören? Wir haben doch genug. Wir haben fuck 200 Essen. Aber wir haben nicht genug Cafeteria. Was ist denn... Jetzt sterben alle an Hungers... Hallo? Stopp! Sechs Leute sind verhungert. Warum sterben die denn jetzt alle? Was habe ich getan? Jetzt sterben gerade alle unsere Kolonisten weg, weil sie verhungern. Leute, es tut mir leid. In diesem Part wird... Das wird nicht mehr in diesem Part beendet. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt 20 Leute plötzlich verhungern. Oder 11. Weil ich nicht... Die werden auch noch alle sterben. 100 Prozent. Ich garantiere euch. Die werden alle noch sterben. Werden... Krass. Dann ist es hier ein Katastrophen-Part. Dann ist es ein sehr langer... Hoffentlich haben wir bald Erfolg-Part. Es hätten fünf Leute gefehlt. Und jetzt verhungern quasi all unsere Kolonisten. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Leider, leider, leider habe ich einen Fehler gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Weil es doch weiter geht. Mit Planet Base. Holy Crap. Es sind einfach 30 Leute verhungert. Oder 9, 20, oder 8, 25 Leute sind verhungert. Ach Gott. Ist langsam gut. Es müssen nicht mehr Leute verhungern. Ich habe doch Kantinen. Holy Crap. Geht fucking essen, ihr Idioten. Weißt du? Dann ballern die das auch nicht da rein. Dann machen die lieber anderen Shit, als sich Essen zu holen, ey. Das regt mich gerade auf, wirklich. Das regt mich wirklich gerade ein bisschen auf. Es bringt ja auch nichts, wenn wir hier... Drei kleine Tische bringen mehr Platz, als zwei große Tische. Und die zwei großen Tische, ja, dann reißen wir das mal wieder ab. Entschuldigung, Bots. Dann machen wir hier noch drei kleine Tische hin. Könnte ich das hier bitte anwählen? Nein? Könntest du das dann bitte wegtragen? Ich wäre dir sehr dankbar. So. Dann haben wir hier mehr Plätze. Und auch mehr Essensfertiger. Alter, es tut mir leid. Ich dachte wirklich, das wäre der letzte Part. Ich habe es sogar gehofft, wenn ich ehrlich bin. Weil das Let's Play langsam mal zu Ende sein konnte. Meiner Meinung nach. Nicht, weil das Let's Play nicht mag, sondern einfach, weil es so ein bisschen nervig wurde, dass ich immer warten musste auf neue Leute und keine Leute kamen. Dann ging es gut eine Weile. Aber dass jetzt wieder alle verhungert sind, das ist halt so typisch Planet Base. Man hat einen Fehler gemacht und wird sofort dafür bestraft. Die sind natürlich alle kacke drauf. Hier gibt es jetzt eine neue Cafeteria. Hier können Leute essen. Alles klar. Das ist gut. Wenigstens haben wir hier dann mehr Platz für mehr Leute, für mehr Essen. Essen haben wir genug. Auch wenn das jetzt gerade wieder runter geht. Wir haben mehr hiervon und das ist ja eigentlich das Wichtige. Gerichte brauchen wir. Und wir sehen uns im nächsten Part von Planet Base. Wenn es dann hoffentlich wieder bergauf geht. Das Let's Play ist doch noch nicht zu Ende. Haut rein Leute. Bis dann. Tschüss.